Was geht und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du am schnellsten Geld verdienst bzw. einen simplen Shop baust. Als allererstes solltest du dir natürlich ein Grundstück nehmen mit slash pauto und dann kann man direkt schon anfangen. Am besten ist, wenn wir anfangen, ein kleines Haus hier hinzubauen. Einfach damit wir so einen kleinen, schönen Eindruck haben. Es muss jetzt vielleicht auch nicht besonders groß sein, das Haus, aber Hauptsache, dass wir hier einfach ein kleines Haus haben, mit dem wir ein bisschen Geld verdienen können. Okay, vielleicht muss das nicht unbedingt gerade sein und perfekt, aber ich denke mal, das reicht auf jeden Fall schon. Jetzt machen wir hier noch, okay, das ist vielleicht, okay, wir machen das so, dann sieht das jetzt schon mal ein bisschen geiler aus. Genau, dann machen wir hier noch eine Tür rein, dann machen wir hier wieder die Fenster rein. So, zack, okay, vielleicht sollte man den Block auch treffen. Und das gleiche machen wir jetzt hier und dann auf jeder anderen Seite. Okay, jetzt haben wir schon mal so einigermaßen das Haus. Ist jetzt eventuell nicht das schönste Haus, aber einfach, dass wir wenigstens etwas haben, mit dem wir arbeiten können. Set 5, Doppelpunkt 1, zack, 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 so, jetzt nehmen wir noch. Glasscherben, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier ganz normales. Dann tun wir die überall hier mal rein, so, 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 so. Okay, vielleicht, das ist ein bisschen aufwendig mit den Glasscherben. Wie gesagt, man muss das ja nicht 1 zu 1 so bauen, wie ich das baue. Hauptsache, ähm, es soll einfach nur ein grobes Bild darstellen, wie es hinterher werden soll. Gut, dann ist das jetzt unser Anfangshaus, unser Anfangsshophaus. Okay, sieht jetzt vielleicht nicht ganz so geil aus mit den Fenstern hier. Aber das ist jetzt einfach mal, wie gesagt, nur, ähm, zur Demonstration. Natürlich kann man sich hier auch noch so ein, ähm, so einen Weg machen. Ist egal mit welchem Holz, vielleicht ist das jetzt nicht das beste Holz, was ich ausgewählt habe. Einfach damit so sagt, yo, hier ist der Eingang. Dann kann man, also eine Tür, brauchen wir die unbedingt. Ich glaube, wir können das sogar offen lassen hier. Dann haben wir so einen schönen großen Eingang. Das kann man, glaube ich, so lassen, ja. Man kann auch, ist mir gerade mal aufgefallen, dass wir nach vorne so ziehen, dass wir das so in der Art haben. Dann würde ich sagen, tun wir mal Truhen platzieren. Also, ich würde jetzt theoretisch hier vielleicht nicht, okay, wir müssen aufpassen, weil wir müssen hier noch ein Schild dran machen. Was ich euch noch als Tipp geben kann, ist, wenn ihr hier zum Beispiel eine Redstone-Truhe hintut, hier eine normale Truhe, und könnt ihr die so nebeneinander platzieren. Äh, wissen vielleicht einige nicht, aber ihr wisst es auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die man hier machen kann. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir hier in der Mitte mal hochgehen, so. Und hier, das nochmal hier kurz verbinden. Und hier dann einfach auch mal, aha, wir machen das so, wir nehmen eine Stufe, platzieren die hier, gehen hier so runter, setzen hier eine Truhe hin. Und da tun wir jetzt einfach mal, ähm, einbiegen rein. So, den verkaufen wir dann gleich für, sagen wir mal 130, 140k. Äh, so macht ihr übrigens ein Shop-Schild. Falls ihr das noch nicht wusstet, oben könnt ihr freilassen die Zeile oder einfach euren Ingame-Namen hinschreiben. Ähm, dann die Anzahl des Items, wie viel ihr verkaufen wollt, also nehmen wir mal jetzt einfach die 1. Dann schreibt ihr darunter B, Doppelpunkt, müsst ihr nicht, aber könnt auch B hinschreiben, wie ihr wollt. Ähm, der Preis, in meinem Fall jetzt, äh, 140, 1, 2, 3. 140.000 und ganz unten ein Fragezeichen, wenn das Item bereits da drin ist. So habt ihr dann ein Shop-Schild erstellt und, ähm, so können dann die User auch ganz einfach hier draufklicken und dann, ähm, diesen Biegen, der hier drin ist, kaufen. Natürlich kann man auch, äh, rein theoretisch, wenn wir hier ein bisschen Erde hin tun, dann eine Falltür nehmen, die hier vorsetzen, hier dann Blumen drauf machen. Ähm, so ein bisschen das Haus schmücken. Okay, die Blumen sehen echt hässlich aus hier drauf, muss ich sagen. Tulp, äh, so. So schöner der Shop ist, ähm, tun die User sich wohlfühlen und kommen immer öfter in den Shop und kaufen auch mehr. Was nicht fehlt, ist ein Shop, äh, Logo, sagen wir mal. Heißt, dass hier irgendwo Shop steht hier drauf oder einfach, wenn hier Banner hingeplaced werden. Gut, hier könnt ihr zum Beispiel dann einfach Shoppen schreiben, äh, sagen wir mal, wir machen hier, gehen wir hier mal etwas höher so an der Seite. Und, äh, und dann gehen wir hier wieder raus, so. Und dann tut ihr hier diese Banner hin, dann habt ihr hier so ein kleines Shop-Logo, damit man direkt weiß, wenn man hier zum Plot läuft. Yo, da ist ein Shop, da kann ich einkaufen. Wenn ihr dann auch einen bestimmten Rang habt, könnt ihr auch slash Werbung machen. Heißt, wenn ihr macht slash Werbung mein Shop, so, dann, ähm, kommen ja auch viele User hin und, äh, tun dann in dem Sinne. Okay, hier sind es jetzt ein paar, ähm, viele User. Am besten wäre, wenn ihr euch mit den Preisen ein bisschen absprecht, so, und dann selber die Preise macht, weil so kommt ihr am besten natürlich hin und, ähm, könnt gute Preise anbieten. Damit beende ich dann auch das Video. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns morgen wieder zu einem riesigen Video oder auf Durchrasten. Haut rein! Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.